Herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin der Christoph und heute beschäftige ich mich mal mit QR-Codes. Und zwar, wie erstellt man denn einen QR-Code, in dem ein Link eingebettet ist? Oder wie erstellt man einen QR-Code, in dem eine elektronische Visitenkarte eingebettet ist? Außerdem, wie kann man denn einen QR-Code erstellen, der als Vektorgrafik vorliegt? Und wie kann man den eventuell noch ein bisschen Muck machen? Obligatorisch, wie immer, wenn euch das Video gefällt, ein Like oder ein Abo, falls ihr noch keins habt. Ich freue mich immer. Und wenn ihr zum nächsten Video benachrichtigt werden wollt, dann gibt es oben noch das Glöckchen, was ihr entsprechend konfigurieren könnt. Als erstes gehe ich jetzt erstmal ganz schnell durch. Welche Möglichkeiten gibt es denn für Links zum Beispiel einen QR-Code zu erstellen? Dazu gibt es ja heutzutage im System relativ viele Möglichkeiten. Und zwar, wir fangen einfach mal mit den Browsern an. Wir sehen hier, das ist jetzt eine Webseite. Und bei den meisten Browsern funktioniert das einfach, indem man hier irgendwo auf die Freifläche klickt und hier auf QR-Code für diese Seite generieren klickt. Das ist hier der Edge zum Beispiel. Da bekommt man so einen schön. Den kann man jetzt kopieren oder herunterladen. Hier könnte man jetzt die Internetadresse nochmal ändern. Sieht optisch sehr gut aus. Ich nehme hier mal den Brief. Hier geht das Gleiche. Sieht ein bisschen anders aus. Mit dem Brieflogo eingebettet. Das werden wir dann auch gleich nochmal kurz benutzen, sage ich mal, oder bearbeiten. Und als drittes habe ich hier nochmal den Vivaldi. Da funktioniert das gleich. Sieht nicht ganz so hübsch aus, aber funktioniert im Prinzip auch. Die Bilder, die man hier speichern kann, die sind natürlich alle im PNG-Format. Das heißt, die sind nicht wirklich skalierbar. Man kann die natürlich kleiner machen, aber wesentlich größer kann man die dann wahrscheinlich nicht ziehen. Sieht dann hässlich aus. Machen wir dann später auch nochmal. Machen wir mal zu. Dann wollte ich noch mal weiterzeigen. Gibt es auch schon einige Videos dazu, dass man auch in WIRT einen QR-Code erzeugen kann. Den kann man leider nicht so als Bild weiterkopieren. Zumindest hat das bei mir nirgends wirklich funktioniert. Aber wenn man in einer WIRT-Datei das braucht, geht das relativ einfach. Man geht hier oben auf Einfügen. Dann Schnellbausteine auf Feld. Dann geht man hier einfach auf Formeln und tut das IS gleich mal raus. Und dann schreibt man einfach rein Display Barcode. Dann Leerzeichen, Ausführungszeichen, den Text, den man haben will. Also in unserem Fall jetzt den Link. https.wasgott.de Und wieder Leerzeichen und dahinter QR. Man könnte jetzt hier eher in irgendwelche Nummern, wenn man jetzt weiß, wie die ganzen Strichcodes heißen. Aber das QR muss ja dahinter stehen, damit sozusagen der QR-Code erzeugt wird. Den kann man hier auch benutzen, sozusagen in dem WIRT drin. Aber wie gesagt, das Kopieren in ein anderes Programm rein hat nicht so funktioniert. Als nächstes zeigen wir das hier nochmal auch in LibreOffice. Das funktioniert ebenfalls. Hier ist es einfach über Einfügen, OLE-Objekt, QR- und Barcode. Dann können wir hier wieder das Gleiche machen. https.de Hier hat man aber jetzt schon die Möglichkeit, eine Fehlerkorrekturstufe einzubauen. Das heißt, mittel bis hoch. Ich empfehle aber ja trotzdem, auf niedrig zu lassen. Das hat was damit zu tun, wie viel Prozent ein QR-Code-Scanner von diesem Barcode scannen muss, damit der Inhalt ordentlich dargestellt wird. Bei diesen kleinen Links ist das meistens noch nicht so kritisch. Bei den VCF-Cards ist das dann ein Problem, dass die Punkte teilweise dann einfach zu klein sind. Oder man muss den Barcode riesengroß machen, damit das noch ordentlich erkannt wird. So, das waren jetzt die einfachen Möglichkeiten. Um jetzt eine vektorbasierte Grafik zu erstellen, also die man einfach nahtlos, groß oder klein skalieren kann, empfehle ich einfach das Programm Inkscape zu benutzen. Dieses kann man von der Website inkscape.org kostenlos herunterladen. Das Programm, das gibt es für Linux, Mac und auch für Windows, ist überall mit dem selben Funktionsumfang und auch in dem selben Versionsstand verfügbar. So, in Inkscape kann man jetzt sozusagen einen QR-Code erzeugen, der vektorbasiert ist. Also man exportiert den dann als SVG. Das heißt, man geht hier einfach auf Erweiterungen drauf, auf Rendern und dann hat man hier den Punkt, Strichcode und QR-Code und wir wollen natürlich den QR-Code haben. So, hier ist es ganz einfach. Können wir oben im Prinzip unsere Domänen eingeben und hier natürlich auch wieder diese Fehlerkorrektur. Wie gesagt, ich würde das jetzt erstmal hier so lassen. Kann man dann natürlich testen, so wie jeder das braucht. So, hier könnte man das jetzt invertieren, also schwarz-weiß oder weiß-schwarz, je nachdem, wie man es haben will. Und hier kann man die Pixelgröße einstellen. Wobei ich aber sage, das kann man lassen, weil man es ja frei skalieren kann. Also das vergrößert im Prinzip nur den QR-Code. So, machen wir mal jetzt anwenden. So weg. Sehen wir hier unseren QR-Code und wir können den hier jetzt frei in der Größe skalieren. Man sollte natürlich die Maße fixieren, wenn man es größer skaliert. Und hier kann man das jetzt einfach sagen, wir exportieren das jetzt einfach. Hier kennt man das jetzt auch als PNG oder als SVG, also Plain SVG. Diese Inkscape SVG, die würde ich erstmal nicht benutzen. Da sind im Prinzip, das ist auch ein SVG, aber da kann sein, dass da Informationen eingebettet werden, die in dem aktuellen Standard noch nicht unterstützt werden. Das heißt, hier sind immer alle neuesten Entwicklungen, die werden hier mit unterstützt. Und in diesem Plain SVG, das ist das Standard SVG-Format, was offiziell auch freigegeben ist. Da würde ich das benutzen. So, exportieren. Haben wir hier Benutzer, Rastergrafik, machen wir mal in Bilder rein. Speichern. So, jetzt haben wir die hier. Wir öffnen die einfach mal mit dem Edge. Hinten da und hier haben wir es. Und das kann jetzt nahtlos skaliert werden. So, dann kommen wir gleich schon zum letzten Punkt. Und zwar, ich schiebe das mal jetzt hier hoch. Jetzt wollen wir ja eine sogenannte VCF-Card als QR-Code erstellen. Das kann keines der Tools, die ich bis jetzt gezeigt habe, out of the box. Man hätte jetzt können bei LibreOffice das zwar, wenn man es richtig formatiert bekommt, in dieses Textfeld da reinkopieren können, weil das ja ein bisschen ein größeres Textfeld war. Aber das wird ja keiner so aus dem Kopf kennen, wie die Syntax da so ein. Dafür gibt es ein wirklich schönes Plugin. Zum Beispiel hier für dieses Inkscape. Das heißt, wir machen mal hier die Seite von dem auf. Das ist hier im Prinzip GitLab. Ich werde das unter dem Video dann auch nochmal mal linken. Und zwar, um Sie das jetzt hier herunterzuladen, geht man einfach hier hinten auf Code und sagt, ich will das jetzt als ZIP-Datei zum Beispiel. Also lädt man das einfach runter. So, wir können hier mal in den Download-Ordner reingehen. Und packen das hier. So, und dann haben wir hier sozusagen die Dateien, die dazugehört. Also es werden nicht alle benötigt. Also die wichtigsten sind eigentlich die drei und diese Validators. Die anderen sind jetzt nicht unbedingt wichtig, aber ich empfehle, kopiert einfach alles mit. Und dann gehen wir hier in Inkscape auf Einstellungen. Dann gibt es hier den Punkt System. Und hier gibt es im Prinzip solche verschiedenen Ordnerdefinitionen. Und wir gehen in den Ordner Benutzererweiterungen. Der findet sich hier. Das ist sozusagen bei jedem Betriebssystem was anderes oder auch bei jedem Benutzer was anderes. Aber man muss das halt nicht im Datei-System suchen. Man kann hier einfach auf Öffnen drücken. Und dann macht sich im Prinzip das Verzeichnis von alleine auf. Dann gehen wir mal hier in den Download-Ordner und kopieren einfach das hier rein. So, dann kann man das schließen. Dann muss man Inkscape auch einmal schließen. Jetzt mal mit Speichern. Zeichnung. Wir können den Inkscape wieder. Jetzt haben wir hier unseren vorhergehenden QR-Code. Und jetzt wollen wir die VCF-Karte einfügen. Da gehen wir einfach wieder auf Rendern. Und jetzt haben wir einen neuen Menüpunkt hier dazu bekommen. Also das ist der Original-QR-Code. Und das ist jetzt der von dem Plugin, welches wir gerade installiert haben. Hier geht man einfach drauf. Dann bekommen wir hier so eine Maske. Wir sind jetzt hier in dem hinteren Reiter. Da kann man sozusagen auch wieder die Fehlerkorrektur einstellen. Und man kann hier vorne jetzt Namen angeben. Ich habe das schon mal durchprobiert. Deshalb ist das hier schon ausgefüllt. Also das muss man nicht jedes Mal ausfüllen. Das merkt sich das. Wir sehen ja Vorname, Nachname, Foto, URL und Co. Hier könnte man jetzt die Heimadresse und Kontaktdaten angeben, wenn man das will. Die Arbeitsraten und Kontaktmöglichkeiten. Und hier hinten kann man, wie gesagt, die Quadratgröße, also diese kleinen Pixelgrößen sozusagen einstellen. Da man das aber freiskalieren kann, ist das nicht ganz so wichtig. Wichtig ist eigentlich das hier so als Config. Es kommt ein bisschen darauf an, wie groß man den QR-Code drucken möchte dann am Ende. Das heißt, umso höher man hier geht, umso mehr Pixel hat man drauf. Und umso kleiner der QR-Code dann natürlich gedruckt wird, umso schwieriger wird es dann für die Kamera auf dem Handy, das zu erkennen. Der Vorteil ist aber, wenn das höher gestellt ist, dass man weniger Anteil von dem QR-Code sozusagen scannen muss, um den Inhalt auszulesen. Das zeigen wir dann gleich. Wir gehen erstmal hier drauf, machen jetzt mal hier auf die 7%, was in der Regel der Standard sein sollte, und fügen jetzt den QR-Code einfach an. So, ich mache den jetzt mal hier hoch. Und jetzt öffne ich mal mein Handy, und wir sind hier. Wir gehen einfach mal auf den Scanner. Und wir scannen jetzt erstmal den ersten QR-Code. Dann sehen wir, das ist der Link, den wir erst eingefügt haben. So, und das ist jetzt der zweite QR-Code. Und da haben wir jetzt unten meine VCF-Karte. So, jetzt will man den aber vielleicht noch ein bisschen schicker machen. Das heißt, wir kopieren den jetzt mal hier. So, das ist im Prinzip jetzt derselbe QR-Code nochmal. Und ich mache das jetzt mal ganz einfach und ein bisschen grob schlächtig sozusagen. Packe hier mal so ein kleines Quadrat drauf. Das Quadrat mache ich jetzt weiß. Und dann setze ich da drauf einfach mal jetzt mein P von Brascode. Das müsste ich eventuell auch nochmal schwarz machen. Und dann setze ich das mal hier rein. Und, ups. Jetzt kann jeder sich verzieren, wie er möchte. Also, ja, Vollfüllung. Ein bisschen sehr grob geworden. Mal ein bisschen zurück. Ich kann es so übertreiben. Und dann kann man das P nochmal ein bisschen rücken. So. Jetzt machen wir wieder mal mein Handy auf. Anleit verbinden. So. Jetzt gehen wir mal auf Scanner. Und scannen jetzt mal den zweiten. Ja, es klappt gerade. Mal schweilen. Dann machen wir mal das Rechteck ein bisschen größer. Einfach mal. Um es ein bisschen zu provozieren. So. So. Zurück. So. Und da sehen wir, da gibt es jetzt schon das Problem mit dem Scan. Ne? Wird nicht mehr erkannt. Und da gibt es jetzt die Möglichkeit, dass wir sagen, okay, Erweiterungen, Rendern, R-Code, Baucard. Machen wir das hier mal ein bisschen höher. Anwenden. Ist jetzt natürlich ein bisschen größer geraten, weil da mehr Informationen sind. Sieht man jetzt auch, wenn man das jetzt runterskaliert. Und jetzt nehmen wir mal das nach da und okay. Das heißt, ja, jetzt gehen wir mal auf den unteren, wo wir mehr Informationen haben. Und jetzt sehen wir, wir sind es schon gar nicht mehr so genau. Ich gebe das mal ein bisschen hoch. So. Gehen wir nochmal hier rauf. Jetzt sehen wir, na, jetzt sehen wir, wir sind jetzt, nehmen wir jetzt mal nur die Ecke mit beim Scannen. Und das reicht schon, damit die ganze Information mitkommt. Na, hier oben hat er nach wie vor Probleme. Geht. Ohne das Bild funktioniert das. Das war das mit der 7% Fehlerkorrektur. Wenn wir das Bild drauf gesetzt haben, ging das nicht. Und hier geht das jetzt auch mit dem Bild. So, das war es schon wieder für dieses Mal. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liked es doch, ein Abo. Ich freue mich wie verrückt. Und ansonsten wünsche ich euch einen guten Start in die neue Woche, einen guten Start in den Advent und eine schöne Weihnachtszeit. Euer Christoph. Tschüss.